Botani übernimmt die Verantwortung. Mattia Botani. Acht Treffer in der Liga. Einer im Köp. Bisher. Und Favre macht seinen Fehler wieder gut. Ist ja nicht zu glauben. Was für eine Geschichte. Und der Penalty war nicht mal schlecht geschossen. Okay, optimale Höhe für den Torhüter. Und trotzdem, da wird er sich ärgern, der Mattia Botani. Aufatmen in der FCZ-Präsidentenloge. Ganz stark gemacht vom Zürcher Torhüter von Anthony Favre, der seinen eigenen Fehler also gleich wieder korrigieren kann. Eine Riesengeschichte, mein lieber Mann.